Die heutigen Brunnen Und den Rausenvorderer liefern einen ganz schönen Oh shit Er hat das Setup nicht übernommen, hundertprozentig Ja, in Galfing war er nicht dabei zum Beispiel Ich hab's auch kein Ansturm gehabt Ich hab's nicht mehr Ansturm gehabt Von meiner Berserk müssen wir auch noch reden, Magic Aber es kann auch sein, dass ich mich scheiße bewegt hab Das ist noch ne Spinne draußen What, wo kommt die denn her? Hä? Wie lange halten die? Sind die bei euch auch noch da? Ja Ah ja Hey, wie lange halten die? Was ist das denn? Werden jetzt von denen gecarried? Für, für Alter die Hä? Weil ich nehm den Skill gleich wieder rein, das müssen wir auch Nein, nicht! ... ... ... ... ... Na cool, die rasierten einfach mal alles weg hier Oh, scheiße Oh, beste Game. Oh, scheiße. Hier habe ich. Aus. Die sind halt immer noch da. Mach'n die Damage? Ja. Oh, Mann. Wir gehen auch schon mal auf alles drauf, ne? Passt auf den Stomp auf. Ah, das noch nicht. Koko. Koko. Und Rolf, Vorsicht. Koko ist noch da, passt auf. Ich habe Akku von allen Mystik. Koko. 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 Das wäre der Run gewesen. Koko.